So, das ist jetzt der Strandabschnitt vom Makadi Beach. Alles, was hier rot-weiß gestreift ist, ist Makadi Beach. Hier steht es auch nochmal schön mit drauf. Ja, es ist auch wieder super, super schön. Und das Hotel ist auch wirklich direkt, wenn man hier runter kommt, ist man direkt am Strand. Vielen Dank.